Mit meinen Empfindungen spaßt man nicht. Ich hab halt glaubt, wie du mir geschrieben hast, ich soll wiederkommen aufs Schloss. Dass jetzt zwischen uns wieder alles so ist wie früher. Nun! So darfst du mit mir nicht umgehen. Ich habe was gehört von nicht dürfen. Wer darf hier dürfen? Ah, das kommt ja von den Zimmerndrogen, die was Ihnen anvertraut sind. Ah ja, das sind gewisse Papiere, die auf dem Schreibtisch gelegen sind. Auf was für Schreibtisch? Na, ich glaub dem Herrn seinen Schreibtisch, den wir miteinander abgestaubt haben. Miteinander. Sie haben abgestaubt. Ich habe beaufsichtigt. Da sagst du, da stehst du so ruhig, da sprichst du so Bagatellemäßig drüber. Auf wen fällt denn das alles herunter als auf mich? Ich hab noch gesagt, hier ist so eine Zugluft. Und da werden gewisse Schreibereien beim Fenster hinausfliegen. Und da hast du das zweite Fenster noch aufgemacht.